Es kommt, ähm, heute kein Horror-Video, weil ich wollte es halt mit einem Kumpel machen, jemand hat Zeit. Ähm, alleine macht es halt keinen Spaß. Ich wollte halt so ein krasses Horror-Map mit ein paar Parts machen, ne. Ähm, wird nix leider. Mein Kumpel M-Gamer, also Marvin, weiß ich nicht, kann ihn ja mal fragen. Ähm, ich berichte euch dann gleich wieder.